Jo, was geht ab bei euch, Freunde der Erde, TeraFox hier, Gernende von der Erde und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video, dieses wurde mir vorgeschlagen von Google, Total Aquatic Sonic 2 in 5 minutes and 20 seconds von Young Lee, gebt mal ein Like schonmal, abonniert schonmal und wir starten das Video. Hm, Full AD gibt's nicht. Na, was soll's? SFA verpixelt, ne? Also wir sehen hier Sonic in seinem Flugzeug. Okay, Batside Island, yeah. Haha, ich spiel Thales mit dem. Fuuuuch. Jetzt bist du ja ganz alleine. Und da war mit, ooooh, der Robatnik. Fuuuuch. Ahh. Haha, ich bin ein schlechtes G-Alar-Upes. Wo tha sind die revivee Böse. Woah, 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 woah. Okay, so dann. Woah, 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 oh, hey, 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 hey. GT-Aaaah, GT-Aaaah, they're. Hahaha, grab the auto 5. Entertainment, autofive. Das wird Kerritskanzung. Das Kerritskanzung. Oh nein, nicht Casino-Zaubung. Das macht da nichts. Und wieder Glücksspielsucht, ne? Sonnige Glücksspielsucht. Shit! Oh, Beste Island wird zu Tode gesp- Beste Island wird zu Tode explodiert. Was war das für ein Deutsch? Beste Island wird zu Tode explodiert. Oh, jetzt wird es Long-Motion. Oh, jetzt geht das viel mehr gerade. Okay, jetzt ist ein bisschen dunkel. Oh, das ist ein paar Minuten. Ich kann mich an announcement. Ich kann mich an announcement. Oh nein, ich bin so alt. Beste Island wird zu Tode geschrottet, ne? Oh! Oh, nee. Okay. Wir hatten jetzt... Ja, so war das im Spiel garantiert, ne? Ja. Gerade repariert schon. Jetzt ist er geflucht. Okay. Oh, jetzt kommt es. Okay. Also, ich muss nur sagen, es war sehr cool. Es geht noch ein Outro. Oh, no. Oh, okay. Das war Total Aquarius Sonic 2 in 5 Minuten 20 Seconds. Ein neues Video für's Zusehen hier hat das Video gefallen. Ein Like habe ich schon gegeben. Ein neues Video, ich gebe dir auch ein. Gleich für's Zugucken. Hier kommt er. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute. Tschau. Tschüss. Mo.